Im heutigen Video wollen wir uns mal wieder mit der Wärmepumpe beschäftigen. Hä? Wärmepumpe? Im Sommer? Spinnt der? Werden jetzt einige sagen? Nein, der spinnt natürlich nicht. Die Wärmepumpe läuft ja auch im Sommer und zwar um warmes Wasser zu bereiten. Manchmal kann sie auch im Sommer laufen, um zu kühlen, aber dieser Sommer hat das bisher noch nicht hergegeben, dass ich das mal ausprobieren würde. Sollte man noch heiße Tage bekommen, dann werde ich auch mal die Kühlfunktion der Wärmepumpe austesten und mal berichten, was verbraucht sie denn und wie hoch ist denn der Effekt mit unserer Fußbodenheizung. Aber heute geht es um das warme Wasser bei der Wärmepumpe. Ich habe ja, wie ihr sicherlich wisst, den Heizstab deaktiviert in der Fachhandwerkerebene und Video dazu verlinke ich mal hier. Und jetzt haben wir die ersten verlässlichen Werte, Monatswerte ohne Heizstab. Wie läuft es dann? Und das wollen wir uns im heutigen Video einfach mal ansehen. Und dann stelle ich auch noch eine Frage am Ende, wo ich hoffe, dass ihr mir so ein bisschen Input liefern könnt. Weg A oder Weg B, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Da möchte ich mit euch einfach drüber diskutieren. Wenn euch das interessiert, dann abonniert doch gerne den Kanal und bleibt dran. Nach dem Intro geht es los und damit Moin und herzlich willkommen bei Gewaltig Nachhaltig. Tja, die Wärmepumpe im Sommer, da muss ich halt auch Arbeit verrichten und zwar um warmes Wasser zu produzieren. Und ich hatte im Juli ein Statistikvideo ja schon gezeigt, was wir verbraucht haben. Ich weiß, wir sind jetzt nicht die Spitze der Effizienz. Ich habe andere gesehen, die haben gerade mal die Hälfte von dem für warmes Wasser verbraucht mit mehr Hausbewohnern, als wir es sind. Aber unsere Wärmepumpe läuft halt, wie sie läuft. Da kann ich auch nicht viel dran ändern. Und wir wollen einfach heute mal reingucken, was haben wir denn hingekriegt? Wie viele Verbesserungen haben wir hinbekommen? Und wo stehen wir denn überhaupt jetzt mit den Jahreswerten auch? Und dafür würde ich sagen, schauen wir erstmal in unsere Excel-Tabelle, in der ich die ganzen Werte unserer Wärmepumpe festhalte. Hier haben wir also die Excel-Tabelle mit den Werten. Seit November, seit 7. November ist die Wärmepumpe bei uns in Betrieb. Und wir haben hier vorne in der ersten Spalte die Kilowattstunden elektrisch fürs Heizen. Die stehen natürlich jetzt auf 0. Ich hoffe, dass sie auch bis Oktober noch auf 0 stehen bleiben. Und dann haben wir die Kilowattstunden Wärme, die damit erzeugt wurden. Die stehen natürlich dann auch auf 0. Und dann haben wir hier das, was jetzt noch interessant ist im Sommer. Das ist das Warmwasser. Die Kilowattstunden, die wir elektrisch dafür verbrauchen. Und die Wärme, die wir daraus erzeugt haben. Und das Ganze haben wir dann nochmal als Gesamtwert zusammengefasst. Das ist natürlich dann derselbe Wert wie bei Warmwasser elektrisch. Und Gesamt-PV. Wir haben also alles aus der PV geholt. Und 1 oder 2% kamen aus dem Netz. Aber wir hatten ja auch nicht die ganze Zeit einen Speicher hier. Deshalb würde ich sagen, das können wir vernachlässigen. Das, was jetzt zwischen Mai und September, Oktober an der Wärmepumpe verbraucht wird, das kommt komplett aus der eigenen Photovoltaik. Ja, und dann gucken wir noch hier drüben. Was haben wir denn für eine Arbeitszahl bei der ganzen Sache rausbekommen? Wir haben also seit Mai den Heizstab abgeschaltet. Im Mai habe ich ihn abgeschaltet. Nicht von Anfang an, wie man hier sieht. Da hatten wir noch 82 Kilowattstunden Verbrauch. Und da hatten wir aber eine Arbeitszahl von 3,24. Die war überraschend gut. Ich habe also den Eindruck, wenn Heizung und Warmwasser zusammenlaufen, ist das noch förderlich für die Arbeitszahl der Warmwasserbereitung. Das ist jetzt wieder ein bisschen runtergegangen. Jetzt im Juni und Juli sind wir bei 2,91 und 2,78. Das sind für unsere Verhältnisse schon recht ordentliche Werte. Wie man hier oben sieht, hatten wir schon mal 2,09, 2,27, 2,44. Also da haben wir schon eine deutliche Verbesserung rausbekommen. Und jetzt wollen wir uns das nochmal ansehen, was das Ganze gebracht hat. Wir haben also 35 Kilowattstunden im Juni verbraucht. Das ist eigentlich so ein Wert, wie eine richtig effiziente Brauchwasserwärmepumpe es zum Beispiel hinbekommt. Bei uns ist der Wert so niedrig, weil wir einfach 2 Wochen im Juni unterwegs waren. Und ich habe die Wärmepumpe einfach komplett abgestellt. Ich hatte sie vorher auf Abwesenheit gestellt, aber was hat das dumme Ding gemacht? Es hat irgendwann nachts angefangen, plötzlich doch wieder warmes Wasser zu machen. Das war also nicht ganz der richtige Weg. Also habe ich mir gesagt, Heizung ist eh aus. Warmwasserbereitung auch ausgestellt. Dann war die Heizung also quasi, sie lief zwar noch, aber es war nur noch die Regelung, die lief und alles andere war ausgestellt. Und damit sind wir halt auf 35 Kilowattstunden im Juni gekommen. Ist ja auch wichtig für die Jahresbilanz. Ich hatte das ja mal hochgerechnet und habe dabei natürlich vergessen, dass der Mensch auch mal Urlaub macht und nicht da ist. Und da spart man dann halt doch ein bisschen was. Und jetzt hatten wir im Juli aber wirklich einen Monat, wo wir eigentlich ganz normal warmes Wasser über den ganzen Monat bereitet haben. Und da sind wir auf 65 Kilowattstunden gekommen. Und zwar dadurch, dass ich den Heizstab abgestellt habe. Ich kann euch das hier mal in der Statistik zeigen. Und zwar hier im SMA-Portal. Hier schalte ich den EV-Charger mal ab. Der interessiert uns heute nicht. Und jetzt seht ihr halt hier die Warmwasserproduktion. Und man sieht hier, sonntags ist es halt trotzdem immer noch ein bisschen mehr. Normalerweise, sonntags haben wir das Legionellenprogramm laufen. Das heißt, wir normalerweise machen wir unser Wasser bis 50 Grad. Ich habe die Hysterese jetzt auf 5 Grad eingestellt. Das heißt, wenn die Temperatur unter 45 Grad ist und entweder genug PV-Strom vom Dach kommt oder das Zeitprogramm das Ganze sagt, dann wird warmes Wasser gemacht. Und sonntags soll es halt auf 60 Grad erwärmt werden, auf knapp über 60 Grad, weil dann die Legionellen Stämme abgetötet werden. 50 Grad bedeutet nur nicht weiter vermehren. Und 60 Grad bedeutet abtöten. Und das machen wir halt einmal die Woche. Das kann ich gar nicht anders einstellen an der Wärmepumpe. Und das sind halt immer die Spitzen, die wir haben. Am 2., am 9. und hier am 16. und am 23. Am 30. lief es nicht, weil da waren wir auch über ein Wochenende unterwegs. Aber das kann ja jeden Monat mal vorkommen. Und bislang war es immer so, dass dann der Heizstab von vornherein mit angesprungen ist mit seinen 3 kW und zusammen mit der Wärmepumpe das warme Wasser gemacht hat. Das ging natürlich deutlich schneller. Aber das Problem ist natürlich, dass der Heizstab 1 zu 1 heizt. Und das verbraucht natürlich mehr Energie. Die Wärmepumpe selber, wie ihr gesehen habt, kommt ja eher an einen Wert von fast 3 zu 1 ran. Dadurch bräuchte ich natürlich 2 Drittel weniger Strom oder das Doppelte an Strom weniger. Und das habe ich jetzt mal so eingestellt. Und die Wärmepumpe schafft dann knapp die 60 Grad, aber auch nicht groß drüber. Aber für mich ist das eigentlich ausreichend. Und so habe ich halt dann doch deutlich was eingespart. Man sieht halt hier, sie läuft eigentlich so gut wie jeden Tag. An manchen Tagen läuft sie mehr, an manchen weniger. Aber in der Regel sind das nicht mehr, als wie man hier sieht, 2,8 kWh. An anderen Tagen ist es dann nur 0,97. Also sehr unterschiedlich. Und manchmal reicht es halt auch komplett. Dann wurde halt vielleicht nicht 5 mal am Tag geduscht oder so. Was weiß ich. Dass dann halt einfach nichts verbraucht wurde oder nicht nachgewärmt wurde, weil die Temperatur noch über dieser Hysterese von 45 Grad lag. Ja, und dann sieht man hier halt insgesamt 65 kWh hat sich gezogen und dabei 96% direkt aus der PV, 2% aus dem Speicher. Das muss ich normalerweise auch im Sommer nicht machen, weil dann haben wir genug PV-Überschuss durch die große Photovoltaikanlage und die 2% aus dem Netz. Ja, wie gesagt, wir hatten auch einige Tage keinen Speicher. Und wir hatten nochmal einen Umbau der Anlage und von daher hat sich das dann halt so ergeben. Ja, und jetzt sieht man halt hier in der Spalte die Werte des elektrischen Verbrauchs und wir hatten halt mit Heizstab immer so fast an die 100 kWh gebraucht und dann im Mai habe ich ihn halt abgestellt. Mitte Mai irgendwann sind wir auf 82 runter und jetzt 65 war halt der erste Monat wirklich, wo es normal war ohne Heizstab. Das heißt, auch Temperaturen gegenüber April, Mai war im Juli wirklich nicht viel anders, muss ich sagen. Und von daher ist der Wert wirklich auch darauf zurückzuführen, dass der Heizstab nicht mitgelaufen ist. Und wir haben da wirklich jeden Sonntag so 5, 6 kWh eingespart. Und das zeigt sich hier auch wieder, dass wir gute 30 kWh pro Monat einsparen. Und wenn ich das aufs Jahr hochrechne, dann sind wir da schon, wenn wir sagen wir mal 25 kWh nehmen, die ich dadurch einspare, dann sind wir schon bei 300 kWh pro Jahr. Und dadurch wird auch der Jahresverbrauch der Wärmepumpe gedrosselt. Wir sind jetzt bei 4405 kWh und es kommen noch 3 Monate mit hauptsächlich warmem Wasser. Also noch ungefähr 200 kWh dazu. Das heißt, wir sind dann am Ende so bei 4600 kWh und das sollte auch bis Oktober noch komplett aus der PV kommen. Das heißt, hier sind wir bei 1276 kWh und das ist dann schon so ein Wert so an die 30% dran, nicht ganz, den wir aus der eigenen PV rausholen. Und ihr dürft nicht vergessen, unsere PV im Winter, die performt eher, als hätte sie nur die halbe Leistung, durch die flache Ausrichtung und durch die hohen Bäume. Und ich bin eigentlich zufrieden damit, das was wir durch Abschalten des Heizstabs erreicht haben. Von daher, die Zahlen sehen eigentlich ganz gut aus. Jetzt ist aber die große Frage und die stelle ich an euch. Ich habe es von einigen gelesen, macht doch warm Wasser im Sommer nur mit dem Heizstab, weil dann spartst du dir die Kompressor-Starts. Es sind halt ungefähr 25 Starts pro Monat und das über 6 Monate Sommer. Da sind wir dann halt schon so bei 150 Kompressor-Starts pro Jahr, die man sich sparen würde. Begründung, der Strom kommt doch aus der PV, ist doch kein Problem. Nur mit dem Heizstab dann erwärmen, das warme Wasser über die ganze Zeit und dafür verbraucht man natürlich dann doch einiges mehr an Strom. Aber er kommt ja vom eigenen Dach. Ja, ich bin hin und her gerissen. Auf der einen Seite Effizienz, die Wärmepumpe macht halt mit dem Kompressor wesentlich effizienter das warme Wasser. Ich brauche halt nur ein Drittel von dem Strom, den ich mit dem Heizstab verbrauchen würde. Auf der anderen Seite, wenn der Verschleiß dadurch natürlich so erhöht wird, sagen wir mal auf 20 Jahre, sind das 3000 Kompressor-Starts, da ist halt die Frage, wie lange hält die Wärmepumpe dann länger durch, was ja auch nachhaltig ist. Also es ist so ein leichter Konflikt, den ich habe, aber irgendwie mein Gefühl sagt mir, mach es mit der Wärmepumpe, lass den Heizstab aus und zwar komplett, auch im Winter. Wenn wir unter minus 10 Grad haben, dann sollte ich überlegen, ihn mal einzuschalten, weil dann wird es mit der Wärmepumpe wirklich knapp. Aber bis minus 10 Grad mache ich mir da keine Gedanken. Jetzt würde mich natürlich eure Meinung mal dazu interessieren. Sagt ihr eher Warmwasser im Sommer mit der Wärmepumpe machen oder sagt ihr eher Warmwasser im Sommer mit dem Heizstab machen? Auf der einen Seite die Effizienz der Wärmepumpe, auf der anderen Seite die Langlebigkeit der Wärmepumpe und der Strom vom eigenen Dach, der es ja eh ist. Das ist halt die große Frage, die ich an euch mal stellen will. Wie seht ihr die ganze Sache? Schreibt es gerne in die Kommentare. Würde mich wirklich brennend interessieren. Ja, wir werden weiter über die Wärmepumpe berichten. Ich wollte ja auch nochmal ein Video über alle Einstellungen machen, die wir jetzt vorgenommen haben. Vielleicht sagt der eine oder andere auch, pass mal auf, mach da doch nochmal was anderes. Das werde ich auf jeden Fall noch vor dem Winter machen. Und vielleicht können andere dann auch davon ein bisschen profitieren, dass sie sagen, ey, das gucke ich bei meiner Wärmepumpe auch nochmal nach. Weil oft sind es ja Einstellungen, die sind herstellerübergreifend, die sind für alle Wärmepumpen gleich. Und vielleicht finden wir dadurch ja auch so ein gewisses Optimum. Wobei natürlich jedes Gebäude, jede Situation immer anders ist. Ja, und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst uns gerne einen Daumen da, abonniert den Kanal und drückt die Glocke. Ihr wisst ja, wenn ihr die Glocke drückt, kriegt ihr auch immer alles mit, was wir machen. Bei Instagram solltet ihr unbedingt auch mal reinschauen. Da sind wir nämlich auch vertreten. In diesem Sinne danke ich für eure Aufmerksamkeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.